Ihr habt mich kaputt gemacht, sprach der Bettler am Alexanderplatz. Und ich lief an ihm vorbei und ersparte mir den Vortrag, noch so ein Irrer wie am Vortag, da hörte ich den Bettler nach ein paar Schritten um Bitten um einen klitzekleinen Moment der Ruhe. Und auch wenn ich das sonst nie tue und nie wieder tun sollte, blieb ich diesmal stehen, um zu sehen, was er wollte. Und er sprach mit einer Traurigkeit, und das werd ich nie vergessen, von Berlin, seiner großen Liebe unter all den schönen Städten. Nur um dann, nach tausend Lobeshymnen, Gesten und Geschichten von einstmals großen Taten, kurz zu warten, ernst zu werden und zu sagen, Du hast mich verraten. Du hast versprochen, dass du mich aufnimmst in deinen erlesenen Kreis. Und ich, Idiot, hab ohne Scheiß auch noch geglaubt, dass du das echt so meinst. Ich bin für dich hierher gezogen. Hab meine Heimatstadt verlassen, um mit dir zu tanzen. Und jetzt steh ich hier mit nichts und wieder nichts und bin enttäuscht im großen Ganzen. War dein Ruf nur Schall und Rauch, deine Fassade schön erscheinen. Ich wollte dichten glücklich sein, aber ja, du sagtest nein. Kann nicht jeder Rapper sein wie Bushido und Flair. Für manche führt das Streben nach Erfolg zu einem Zusammenbruch wie der von der UDSSR. Ja, das Leben ist nicht fair. Und er lief zu mir rüber und ich sagte, tut mir echt leid, das ist echt hart, wenn das Leben dich fickt. Und er sieht zu mir rüber und nickt. Ich wollte doch nur ein bisschen Glück und ich wüsste nicht, wie hart das Leben draußen auf der Straße wirklich ist. Aber er kann es nicht ändern. Also steigte er wie jede Nacht in die U8. Von Wittenau bis Hermannplatz, weil er halt kein Zuhause hatte, ist alles ziemlich abgefuckt. Da lebt man nachts in einer Stadt, die tausende Gesichter hat. Und unter tausenden Gesichtern folgt einem Du Packst das schon, einem Du Scheißpenner. Ein Hallo, wie geht's unter Kreuzberger Dichtern. Doch ihm ist schon lange nicht mehr nach Dichten. Und auch Gott wird es nicht mehr richten. Und so versucht er zwischen Hipstern, Buddhisten, Touristen und Polizisten, den Körper auszutricksen. Erst ist es nur ein Zug. Doch mancher Zug fährt auch ans Meer. Und der Einstieg ist leicht, nur der Ausstieg ist schwer, aber passt schon. Nur eine Nase wird so schlimm schon nicht sein. Ein Schuss, eine Leine, eine Spritze ins Bein. Was ist Berlin? Ohne die Drogen. Da wird doch schon mal ungelogen das Pferdebetäubungsmittel durch die Nase gezogen. Und solange es keiner sieht, ist das Ketamin und das Speed das Benzin für den Jeep. Und es geschieht nur ganz selten, dass zwischen den Welten ein Mensch hängen blieb. Dann sind die Freunde von gestern, die Brüder und Schwestern, nur noch die Typen von gestern. Und ist er jetzt verrückt geworden? Hört man sie noch lästern. Und das ist auch Berlin. Weil hier niemand für dich verantwortlich ist, wenn du selbst mal das Problem geworden bist. Und so mancher Verwandter ist da nur ein Bekannter. Für ein Bier und eine Fanta lebt sich doch viel entspannter, wenn man sich nicht zu nahe kommt. Und wer weiß schon, wie ernst die Lage beim Gegenüber wirklich ist. Denn hinter manchem Lächeln und manchem Leid steckt nur ein weiteres kaputtes Ich und Minderwertigkeit. Weil man ungern mal zeigt, dass man nicht weiter weiß und das Leben nur erträgt, statt ne Party hier schmeißt. Also schmeißt er die Party. Droge. Nur noch einmal und dann nie wieder. Versprochen. Er steigt in den Himmel, der sich anfühlt wie die Hölle für Tage und diesmal für Wochen. Als er nicht mehr aufwacht, nimmt niemand Notiz. Weil niemand das Scheitern in der Großstadt gern sieht. Auf seinem Grabstein steht die Schrift im Granit. Auch wenn es niemand liest. Dieser Mensch ist tot. Berlin hat ihn kaputt getreten. Nur ein weiterer gescheiterter Großstadtpoet, denke ich mir, als ich vor dem Alexanderplatz stehe. Aber warum stehe ich hier überhaupt? Und was möchte ich hier? Und hört mir überhaupt jemand zu? Wir alle streben nach Erfolg. Ob erfahrene Lebenskünstlerinnen oder Beginner. Man sagt, im Leben gibt es Verlierer und Gewinner. Doch wenn wir jene nicht mehr beachten, die das Leben nicht beschenkte, dann sollten wir auch nicht urteilen. Denn dann sind wir schlechte Richter. Dann sind wir keine Menschen. Dann sind wir keine Dichter. Dann sind unsere Worte und Texte hier oben nicht mehr als Selbstverherrlichung. Und Bühnenmenschen schöner scheinen. Und davon möchte ich, weiß Gott, schon so lang kein Teil mehr sein. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.